Okay, wir müssen das jetzt mal deeskalieren hier. Oh Mann. So eine Kacke gerade. Hey, ich klem hier noch an diesen blöden Felsen fest. Das gibt's ja nicht. Das ist genau das gleiche wie ein PUBG, finde ich. So, wir tauschen wieder. Weg mit dem Mist. Also schade, dass sie die VKS nicht irgendwie ein bisschen gebufft haben oder so. Weil die ist, ich werde sie, glaube ich, ach ne, ach das, guck mal, da kommt noch einer, ey. Geht's richtig ab. Dann fängt man einmal an zu ballern und dann kommen die Stück für Stück an hier, die Leute. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Da vorne ist auch einer. Fährt jemand mit nem Fahrzeug. Mal gucken mal, ob der mich irgendwann mal sieht, wenn er sich ein bisschen umguckt. Ah nein, fahr nicht zu den Häusern, bitte. Ah, schade. Jetzt wär, jetzt wär Klingeln ganz cool mit dem BMX, dass der Typ mal anhält. Oh, der leckt ein wenig. Die haben das, ähm, die haben die Autos schwächer gemacht. Definitiv. Hier muss einer sein. Da. Doch nicht, Mist. Ich hab ihn doch nachladen hören. Ja, das ist doof. Die Ecke hier ist doof wegen den ganzen Häusern auf der linken Seite. Neuer Job. Zweierhelm, brauche ich einen? Jo. Nehme ich. Danke für den nicht vorhandenen Zweierhelm. Könnte ich doppel Aug spielen eigentlich? Ja, komm, lass die Aug mitnehmen. Hehe. So. Ah, guck mal, da haben wir jemanden. Ein Biker. Der hat mir den Zweierhelm gebracht. Ach, das ist doch nicht notwendig, du. Das ist doch nicht notwendig von dir. So, machen wir einfach zweimal das gleiche irgendwie. Keine Ahnung. Schuss. Loll. Wie er einfach so stehen geblieben ist. So angewurzelt. Guck mal, ob wir den auch noch kriegen. Sehr gut. Hat er sich mal kurz gezeigt. Ah, ne. Okay, lass mal in die Zone. Ach, ich bin sogar schon in der Zone drin. Oh, und der Heli kommt genau hier hin. Perfekt. Aber wir gehen mal weiter killen, Leute. Mit dem BMX ist das so cool. Hm. Es sind hier noch sechs Leute, ey. Die hier müssen ja alle ganz schön verteilt sein noch. Wenn hier keiner kommt. Am liebsten würde ich ja erstmal die Leute abfangen, die hier irgendwie aus den Häusern rauskommen wollen. Dann haben wir das Problem nämlich schon mal erledigt. Weil so, wenn die, wenn die Zone gleich losgeht und es leben noch sechs Leute, das wird dann, oh. Das wird dann ein bisschen viel. Die anderen Leute müssen doch auch mal näher kommen jetzt so langsam, oder? Dass wir mal da hinten jemanden sehen. Ich will halt hier bleiben, dass keiner irgendwie rauskommt. Das ist so mein Hauptding eigentlich. Und hier habe ich ja eigentlich alle gekillt an der Ecke. Hm. Da hinten. Ja. Guck mal einfach mal da oben war jemand. Hat gerade jemand geschossen. ald.. Hm. Okay Haben wir schon mal den Großteil weggehauen hier Oh Wollen sie erstmal heilen, oder? Der Typ da hinten Ach, der macht wieder einen auf Heiler So, Leute Let's go Wir holen den Typen Scheiß drauf Ich versuche den jetzt zu holen Die Killgier ist da, Mann Der ist hier rechts Die anderen Straßenseite ist der sogar Ich sehe ihn Ich muss mich aber erstmal heilen, glaube ich So, okay Ah, schade Ja Ja Yo Oh, der Bait war real Let's go Let's go Oh, was eine gute Runde, ey Oh, die hat auch gut gebockt Gg's Gutes Ding, Mann Gutes Ding Oh, the jungle VIP I reached the top And had to stop And that's what's bothering me Und Voll Oh, di Oh, die Hoffnung Whatan As